Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu 7 days to die mit dem Kabin in der Wars of Mod und die Nacht ist fast vorbei und äh... Achso, ich wollte jetzt gerade sagen, wo ist denn Ola Ronke? Wo war der Sterbenlaker? Ähm... Ich weiß noch nicht. Also, geschützt technischerweise. Wir haben ja noch ein paar Geschütztürme. Ich bin jetzt... Ja, das heißt überlegen. Ich würde es eigentlich gerne so machen. Ich müsste die hier oben hinstellen. Dazu sollte ich sie erstmal holen. Und ich muss mir noch einen Generator bauen, weil ohne Strom funktionieren die nicht. Hallo, du. Ah, wie geht's? Du siehst sehr, sehr statisch immer noch aus, ne? Also, ich will ja nicht, aber... Ich wollte es dir nur mal sagen, ne? So. Wir haben schon wieder Besuch unten. Was ist denn da unten los? Die nehmen aber noch die Glastür. Äh, die Tür. Der ist immer noch... Ja gut, der kommt nicht durch, ne? Er kommt einfach nicht durch. Naja, gut. Ähm... Habe ich Blöcke mit bei? Nee, natürlich nicht. Warum denn auch? Äh, ich werde die mal kurz austauschen. Das ist ein Stück. Und dann werde ich die aufwerten. Geht ja so nicht. Und dann kann ich das immer noch hinstellen. Die geschützt haben. Aber dann sollte ich die Munition, die ich die ganze Zeit verprasse, um sparen, wa? Ach, die verlangen immer von mir zu sparen. Ob das so funktionieren wird? Ich weiß nicht. Also, ich brauche drei. Und ich brauche eigentlich meine Uffert. Die alte. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, die da oben hin zu... ...stellen. Ich wünschte, die würde weniger rumjudeln. Oder ist das jetzt, weil die Öfen an sind? Dass hier eigentlich ein bisschen zu warm ist. Soll ich dir das Ding ausmachen, oder wat? Ist die da zu warm? Willst du nicht? Warum nicht? Erzähl mal wat. Los, erzähl. Wann, du bist heute vielleicht sprichig. Das sag ich dir. Gut, ist doch gut. Dann mach ich das eben halt aus. Ich hab's ausgemacht. Hör auf, hier rum zu jammern. Nimm dir... Ich wollte gerade sagen, Beispiel an mir, aber nee, mach mal lieber nicht. So, ähm... Naja, gut. Dann brauche ich immer ditte. Dann brauche ich immer ditte. Und ditte. Ditte, ditte, ditte. Er gibt eine Wand, die vielleicht undurchbrechlich ist. Ja, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber... So jeden, zwei Sachen mehr würde sie schon aushalten. Eigentlich müsste ich hier komplett zumachen, ne? Also nicht komplett, aber wenigstens die Höhe, ne? So, dass wir auf jene Höhe sind. Gut. Ich würde mal sagen, dit ist das Zeichen, dass dit nicht so funktioniert, wie ich mir dit gerade gedacht hab. Naja. Achso, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Außer die Türme hinstellen, wollte ich eigentlich noch mal, äh, die andere Holzseite aufwerden. Ja, dit wollte ich tun. Hab ich ditte? Nee, ich bin ja noch hier. Haha. Warte mal. Nee, Moment mal. Hab ich nicht nen Generator schon? Nee, dit war in einem anderen Leben. Naja, sowas soll's auch geben, ne? Ach, ja. Na gut, dann bauen wir uns jeden. Ein Generator. Eigentlich ein HD-Generator ist auf jeden Fall besser. Hey, das wird fertig. Na gut. Oh, zum Glück hab ich noch Hülver. Dit würde mich jetzt echt angekotzt haben, tun, täten, äh, wenn dit gefehlt hätte. Und was zu gucken, dit hier drin hat. Dit macht überhaupt keinen Sinn. Aber schwamm drüber. So, Plastik hab ich jetzt auch raus sortiert, hätte ich gar nicht machen müssen. Und auch sein Mistel-Mod. Ja, dit ist, ähm, ich weiß nicht. So, ähm, da sind sie. So, und dann brauch ich noch geschmiedetet Eisen. Es ist vorbei. Ist das jetzt einerlei? Sie zeigt mir ne eiskeiter Schulter. Die ist so gemein. So, okay. Ist hergestellt. Dann müssen da bloß noch Motoren rinnen, Benzin, denn, 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 wies ich auch nicht. Ähm, denn wollt ich dit noch einpflanzen? Ich wollt ja noch Sachen einpflanzen. Warum hab ich denn dit noch nie gemacht? Weil, es so ist. Ich hab wieder den ganzen, zack, toll, aber so viele Sachen kann ich doch ja nicht pflanzen. Das geht doch nicht. Und ich muss hier noch ne Tür inbauen. Dit hab ich auch noch nie gemacht. Ui, 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 ui. Ne, erstmal, ja gut, ich kann dit ja, wie gesagt. Oder wat heißt ik kann? Ik muss. Ik muss dit noch ausbauen. Machen wir hier, äh, zwei Reihen, ne? Zwei Reihen ist ganz gut. Das ist wenigstens schon mal ein Anfang. So, dann brauch ik Mais. Natürlich auch zwei Reihen. Dann brauch ik Kartonspieß. Hallo. Auch natürlich zwei Reihen. Ihr seht, dit passt wie Arsch auf Eimer. Und dann brauch ik ne Tür. Ja, tötet oder tötet nicht, dit ist die Frage. Gut. Mädel, beruhig dich, der Ofen ist aus. Krieg dich mal will er ein. Hörst du das von mir? Oh, scheiße, die Tür. Entschuldigung. So, warten Sie mal. Ich muss mal jetzt, äh... De Generator. De Entfernen. De Gut. Moment mal. Dit ist ein Gasgenerator. Dit is batteriemäßig. Achso, dit is für Solar und so, wa? Dit is ja so, la la. Oder? Oder nicht? Juh, die könnt ihr mal so versuchen. Reihen für die Wissenschaft. Lasst uns den anderen uns auch noch bauen. Wat wir haben, haben wir. Wat wir kriegen, ist mir eigentlich auch scheiße, ja. So. Generator 2. Kann ja mal sein, dass uns der Saft aussehen tut. So, ähm... Äh, brauche ich dazu oder brauche ich dazu nicht? Dat ist hier die Frage. Ik pack mal ein paar ein, wa? Entweder kommt dit drin oder dit. Aber da dit ja mit Benzin ist, mit Gas, geht man davon aus, dass da Motoren drin kommen. Bei den anderen kommen eben halt, schätze ich mal, Batterien drin. Ob dit der Fall ist? Ik wese nicht. Ik wese doch nicht. Dit is doch neu. Also ik vermute, dat war gut. Das ist ein anderes Ding. So, ähm... Ich hab die Blöcke verhessen. Jeder Gang macht schlank. Ik pass hier schon eigentlich... Ik kann die Tür... Ik brauch die Tür ja nicht zumachen. Ik kann jetzt hier... So. Da sind sie doch. Da sind sie doch. Ich hab doch... Ich brauch einen schalldichten Raum. Warum? Die hit mir auf den Sack. Naja, gut. Jetzt ist ihm teilt, dass ich nur da hochkomme, ne? Kann ich eigentlich auch so machen und dann so, zack. Warte, passt schon. Yippie, aiei. So, ähm... Dann würd' ich mal sagen... Dann würd' ich mal sagen... Dann würd' ich so ein Ballerfeste, zeig' ich euch. Ehm mal da und eh mal da. Ist dit übertrieben? Na, Siggi. Ist dit eal? Aber sowas von. Rein für die Wissenschaft. Cool. So, äh... Den Generator stell' ich mal hier hin, wa? Eigentlich sollte ich den hängen, wa? Wegen Explosionsradios. Äh... Dit ist ja nicht mal so doof, wa? Also bild' ich mir jetzt ein. So, sag ich doch. Motoren. Da. Zack, Bums. Aber die passen hier hin. Weil die falschen Generator... Äh, die falschen Motoren sind. Ui, 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 ui. Aber zum Glück hab ich mir zwei gebaut. Und wahrscheinlich kommen da Batterien hin, aber auch schon andere Batterien. Und du hast mir nichts gesagt. Du bist schuld. So. Muss ja mal gesagt werden. So, den pack' ich auch gleich mal raus. Kann ich da raus? Da sind sie. Da sind sie. Da ist aber ganz schön teuer. Könnt' mir grad mal einen herstellen. Na gut. Lieber als einen als keinen, wa? Mit meinem Kapital. Nee, hab ich nicht. Doch, hab ich. Hier hab ich noch welche. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht. Warum reicht es denn nicht? Weil es nicht reicht. Ich hab's doch eben gesagt. Gut. Ähm. Dit ist denn auch schon mal durch. Wie viele brauch ich denn immer davon? Vier Stück? Na, da muss ich aber nur eins wie Auto schrauben, wa? Ich glaub, ich könnte das bauen. Ich glaub, ich werd das so ja bauen. Aber sowas von. Die Mausen riech, Mädel. Was war das andere? Ich muss mir das nochmal markieren. Rezept. Wann ist denn da der Unterschied? Ach so, die Farbe. Ich will die schwarz haben. Oh, nee. Oh, nö. Och, och, Mann. Äh. Ich hab schon mal da verheißen, was da stand. Cruiser. Dit ist auch noch nie freigeschalten. Nimm ik zurück. Ik kanns mir ja noch nie bauen. Du bist schuld. Mein Traum von meiner Karre ist auch schon wieder futsch. Futschi Kato. Ach. Die Batterie rum? Äh, der Motor rum fertig? Geiler. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Saft der produziert. Aber es wird schon dafür reichen, oder? Tag 19. Und ich bin hier an, äh, Produktion. Krass, wa? Jetzt sieht man den Benzin gerade. Winkel, Winkel machen. Ich will Sikowski. So. So. Wie das war verkehrt? So rum. Hüi. So. Hüpf. Ich mach die aber auch einzeln, wa? Och, Mann. Ich muss den anderen Knopf drücken. Hannes. Klaus. Peter. Ich hab deinen Kollegen gesehen. Doch. Der ist da unten. Ich muss mal schnell in den Kofen gehen. Mann. So langsam wird die Hütte voll. Das sag ich euch. Lala Leere. Lala Leere. Hallo du. Ach, du hast noch so einen Knüppel. Nö, dich will ich nicht. Du kannst wieder gehen. Ich hab's mir anders überlegt. Du bist meine Nummer eins. Doch. Ich werd sie untereinander ausspielen. Mensch, ich hab den Kabel vergessen. Jetzt aber. 20 Stunden später. So. Tada. So, dann muss ich das eben halt noch richtig verbinden. Das ist eben halt bloß. Ei. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, kann die Beine. Aber das ist ja der Falsche. Wir sind ja Zombies. Ja, ja. Das ist ja, was mir da helfen würde. Wenn ihr Däumchen, Träumchen drückt. Wenn ihr mich unterstützen wollt. Immer Däumchen, Träumchen. Ist doch richtig. Muss mich erstmal dran gewöhnen. Jo, das wär ganz nett, wenn ihr das machen würdet. Und seid ihr neu auf den Kanal, könnt ihr auch abonnieren und so. Dann kriegt ihr jedes Mal Bescheid, wenn ein neues Video da ist. Das ist Knorke. So, ähm. Achso, ich kann ja. Das ist ja schon viel, wa? Ein bisschen rumballern will ich ja auch noch können. So, ich sollte die aber dann auch aktivieren, ne? Ach, das passt schon. So, verschließen. Und das muss ich mir hier auch machen. Sonst ist da nichts mit rumballern. So, ich würd mal sagen, das ist doch fertig. X und fertig. Cool. Und Spikes sind eigentlich auch noch da. Oder was heißt hier noch? Ein paar Stück. Dann kann ich jetzt ja schon mal die nächsten, ähm. Ich hatte ja auch noch Stahl. Dann könnt ich doch erstmal den Weg, äh, den Weg, äh, aufbereiten, ne? Und das hier, das kann eigentlich, wenn er dann zurück. Ui, ui, ui. Vorbereitung. Das sag ich euch. Das ist ja nicht so einfach. Ist es doch. Wenn man das konzentriert durchziehen tut. Ja, denen ist nichts hinzutufen. Und hab da gedacht, da kommt noch jetzt was nachgeschmissen. Äh, ne. Es ist ja so, wie es ist. Ich kann das ja nicht verschönen. Warum sollte ich das wollen, äh, tun, machen? Hm. Na gut. Sagen Sie mal jetzt, wie ihr sagt, äh. Ich kann das Ding ja nochmal abbauen. Ähm. Ich geh davon aus, dass da normale Batterien oder in Teil Mordsbatterien rin kommen. Hey, ich wusste das doch. Ich hab's gewusst. Jut, die Batterien kann ich aber wahrscheinlich herstellen. Aber erst später irgendwann. Okay. Also, wie gesagt, das Ding läuft mit Batterien. So, dann hab ich das. Warte mal, das mach ich clean. Nein. Das hab ich doch eingefärbt. Ich wollte da mit Geld verdienen. Wenn es so weit ist. So. Dann werd ich jetzt hier noch ein paar Sachen rinschmeißen. Ähm. Ich will es denn wieder, wenn das. Weil es so weit sortiert ist. Also, bis gleich. Im besten Fall der Fälle, meint ich natürlich, ne? Ich kenn mich doch. Ich kenn mich doch. Das weg. Das weg. Ja, doch. Die war noch voll Lebensenergie. Na ja, gut. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich brauche... Von jen etwas Pistole, AK und Sprutze. Dann brauche ich Klebestreifen. Das war ja immer noch, was ich dazu noch brauchte. Und ich hab aber keinen Stoff mehr. So, Leute. Ich bin wieder zurück. Ähm. Schott, schwere Not. Ich wollte, ja, ähm. Ich hab hier ein letztes Mal vorbereitet. Hallo, Stimme. Ähm. Ich wollte... Rapper-Rapper-Kates bauen. Das Problem ist... Es habe keinen Stoff. Er darf das denn nun? Räusper, räusper. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mehr trinken. Haha. So, ich schmeiß das mal rein. Ich wollte jetzt zwar eigentlich... Ach, das kann ich auch nachher machen. Äh, Sachen aufwerten. Das liegt mir nicht. Ich will raus. Ich will... Ich will... Ja, ist doch, Juck, Mädel. Machen wir hier nicht auf Drama-Queen. Ich nehme jetzt wieder ein paar Sachen mit zum Parkaufen. Und wir machen jetzt einfach eine Quest. Ich bin noch zu Hause rumgesessen. Ich muss ja auch irgendwann mal voran gehen hier. Jawohl. So. Jetzt reicht zum Verkaufen. Ich muss außer Haus... Äh, halt die Bude rein, wollte ich gerade sagen. Äh, Karre ist da. Haunserin. Ich bin raus. Der Herr verlässt das Haus. Hey, meine Verletzung ist weg. So. Und diesmal muss ich dran denken... Äh, dass ich dann die Quest auch durchziehe. Und, äh, drauf achte, dass ich nicht denke, so... Hoho, ich hab's und dann hab ich sie doch nicht. So, jetzt ist es aber doof. Jetzt hab ich das schon dictet. Jetzt wäre das doof, wenn das wieder passieren würde. Naja. Dann ist es so. Eigentlich wollten wir ja die 5er Questen verentscheiden, ne? Und dazu hat nie passiert. So, wenn wir Glück haben, hat der auch noch ein bisschen Munition. Das wäre auch cool. Vor allem die Pistolen-Munition brauche ich. Ich muss da hin. Es könnte nämlich sein, dass der Verbrauch der Pistolen-Munition jetzt... ...orbitant steigend werden soll, müssen. Haha. Ja, da muss ich jetzt sowohl, äh, denn... ...dennächst schauen, dass wir den Bohrer so schnell wie möglich zusammenbekommen. Und wenn ich mir den Kurven tue, wenn sie den irgendwann mal anbieten sollten... ...den muss ich mir unter Tage... Wann muss ich unter Tage? Hast du schon auf? Nee, noch nicht richtig. Ich bin zu früh dran, ne? Nee, bin ich nicht. Ich hab da nochmal Schweine gehabt. So ein Schwein. Ich weiß aber nicht, dass er da durch sein kann. Jungs. Jungs und Mädel... Mädelze. Ja, gut. Wenn du meinst, warten Sie mal ganz kurz. Ich muss erst mal mich konzentrieren. Nicht, dass du mir über den Tisch ziehen tust. So. Das macht doch schon wieder Katsching. Achso, ich wollte jetzt gerade sagen, und schon zieht er mich über den Tisch. Hier fehlt die Kohle, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich habe einen Verkaufspunkt gekriegt. Oh, ich habe die Tür noch hier drin. Naja, gut. Also. Wie sieht denn aus? Stand der Dinge. Oh. Das ist nicht so, was ich mir gerade erhofft habe. Noch nicht mal annähernd. Okay, okay, okay. Ähm. Die Bücher. Ähm. Ja, gut. Das ist doch ratsam, dass ich mir die kaufe. Weil wir werden sie schon mal finden. Das ist alles bloß eine Frage der Zeit, aber so hast du sie schneller zu... Ach. Nee. Lass mal gut sind. Wir erarbeiten uns das. So. Abholung. Ja, diesmal schlief... Ja, ist diesmal zieg hoch durch. Okay, nur... Also, jetzt... Jetzt war ein Versehen, ja. Darf ich das nicht verkacken? Das ist wieder sauer. Ich bin ja sein Einziger, der hier die Quest machen tut. Die Interimierung mit einer der Heiko in der Position, die ausnutzen sollte. Also, ich habe es jetzt noch hin gesehen, der die Quest machen tut. Da muss ich dann lockt hin. Erstmal muss ich die Quest aktivieren. Also... Darin, ne? 200 Meter. Und bitte schwiegen jetzt nicht um. Wenn ich Glück habe, ist es genau dieselbe. Dann kennen wir uns wenigstens mit aus. Mit den Verkacken. Entschuldigung. Ja, was ließ denn auch im Weg? Bist du denn doof? Ach so. Ich bin ja vom Weg abgekommen. Gut. Shit happens. So. Gut, dass ich Munition nicht mit bei habe. Aber die reicht schon. Also, ich muss ja immer die Quest annehmen. Ich muss ja immer. Gut, aber die Autos. Oh mein. Ich habe bloß die Nahe Pistole mit bei. Ach, ich habe will er noch zum Schrauben. Na, komm her. Was war zum Schrauben? Ich lege seinen Kopf vor seinen Füßen. Setz dich hin. Der war aber schnell weg. Ja, wie gesagt, dass die Neuen immer so schnell weg sind, das ist nicht so cool. Ich will jetzt ein bisschen gut achten. Und ich brauche dazu meine Zeit. Das ist ein bisschen Platz. Ach, der muss ja jetzt mal hier durch. Ja, da muss er erst mal durch, wa? Ich muss da eigentlich mal durchs Zufall einen Schrauber finden. Kann ja nicht sein, dass hier nirgendwo... Oder jetzt mit dem Sport ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen. Dass hier keine Schrauber sind. Das kann doch nie sein. Und da ist der Beweis. Ich muss jetzt sagen, Sport ist Mord. Ha, ha, ha. Ich habe jetzt so gerechnet, dass hier wieder hier um den Ecke hier so... Aber dem ist ja ja nicht so... Hier, hören Sie bitte jetzt auf zu rocken. Zieb ich! Juh, dann kicken wir hier nochmal nach. Vielleicht habe ich ja hier irgendwie Glück. Die kam aber sehr, sehr spät, ne? Das ist da irgendwas im... Ja, gut, das siehst du jetzt auch nicht. Also, dass das Wetter jetzt nicht mitspielen tut, ist aber auch fies. Von hier kam sie. So. Es geht abwärts. Das ist eine Spirale der Abwärtsigkeit. Ja, Abschüssigkeit. Dein, da was ist? Ja, fake. Na, gut. Es ist okay, ein Schrauber. Es soll wohl so in der Richtung sein. Na ja, vielleicht gewünscht dir das dann irgendwann mal an. Daran zu denken, dein Stuff mitzunehmen. Ja. Ich versuche es. Hallo. Hallo. Ich höre Artengeräusche. Oh Mann! Dreimal daneben geschossen. Das muss doch erst... Ui, 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 ui. Sehr, sehr schnell. Tod, mein Dick. Sehr, sehr schnell tot. Ist das jetzt oder ist das jetzt nicht? Schließe diese Tür. Güte, bringt ja eine Spirale. Sie muss ja erst mal aus dem Schrank rauskommen. Also noch ein Tag kann ich hier... Nee, ich mache noch. Das geht nun wirklich nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Lass mich hier raus. Oder erst mal rein. So. Sag mal, ist das jetzt... Das muss doch Kupfer sein. Ja, sag ich doch. Und das ist ja nicht mal so wenig. Habt ihr das gesehen? Gut. Ich sag mal so, an Kupfer hat es ja uns hoch nicht gehapert. Da geht euch das doch mal an. Wieso, was ich da an Munition rauspressen kann? Nice. Gut, ich brauche zwar... Schießpülver und so, aber... Das kriegt man auch noch hin. Das ist ein Fake-Bild. Aber nicht fähig genug. Es ist draußen. Die Frage ist jetzt... Das hört sich schon wieder für mich an. Als ob das mehrere sind. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Und da ist was zu hoch hier. Hab's ernst hier noch gehört. Hm. Guck, der braucht noch eine Weile. So, gleich ist er da. Ey, aber cool, dass ich Stoff finde. Weil das ist ja eigentlich das, was ich brauche, ne? Schön, dass ich das sammel. Das ist ein Veran. Boah, hinter mir. Alter! Du alter kleiner Kack-Dings-Stiefel-Pupans. Die kommen immer auf der Seite, wo ich es nicht erwarte. Welch halt? Gut, Zewel ist aber wenig, wa? Für eine Crouch. Also, stofftechnischerweise. Boah, ich hätte immer bei den Händen dagegen sollen wegen Stoff, wa? Ich wollte den Kapps aber, wenn er verdrängt. Naja, gut. Weiter geht es. Ach nee, jetzt doch nicht. Weiter. Wo denn dann? Äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich genau das selber... Achso, hier hoch. Ich hatte das Problem doch schon mal gehabt, dass ich an der Treppe, wie sich eine ganze Weile daran vorbeigerand bin. Ja, daran kann ich mich erinnern. Poffi! Boah, Alter. Diese Chilie reuchtet war... ...mich gerade nicht einordnungsmäßig... ...war. Ich konnte es nicht einsortieren. Das wollte ich eigentlich sagen. Eine Gardosch-Gi. Ey, das regnet, dann wird unser Stoff wenigstens wachsen. Das ist der Ausgang. Den haben sie freigekloppt. Achso, da. Falsche Seite. Ich habe mich gar nicht so... ...bewahr genommen. Er hat mich einfach ignoriert. Schieße. Schieße. Ja, doch. What schießet? Ich. Ich schieße sie. Ja. Und zwar ins Gesicht. Gut. Ich hatte so oder so. Äh, du hast Havik hoch. Ja, doch. Ein bisschen. Ganz klein ein bisschen. Hallo. Hier ist Johnny. Na, eigentlich der Kabin. Aber gut. Ich wollte es mal versuchen. Munition. Äh. Ne, doch Munition. Ich wollte jetzt gerade sagen... Hä? Stoff? Hm. 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 So. Da wird wohl nichts versteckt sein. Äh, da auch nicht. Ich sollte eigentlich immer an die Knifftland haben, ne? Nö. Oh, wie? Wollen sie nicht da rauskommen? Ohne Kopf. Ja. Unverstand. Na gut. Ich muss hier erstmal hoch. Aber erstmal genau nach. Boah, gut, ne? Schönen Tag. Gut. Jetzt können wir. Ui. Sie fallen von unten. Mir entge- äh, äh, von oben da, ne, von oben nach unten. So oben. Andersherum würde es ja keinen Sinn ergeben. Würden sie ja die Schwerkraft austricksen. So. Ja, 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 ja. Scheiße. Ob das jetzt ins Licht fallen tut, was ich jetzt hier kriege, ist die nächste Frage. Wahrscheinlich werde ich eh oben auch sortieren müssen. Nach lohnenswert oder nicht? Ups. Wieder ist nichts. Nichts. Voll abgebremst. Stopp. Ne, Papier steht ja dran. Da ist ein Nest. Ja, doch. So, da geht's nach draußen. Da will ich aber noch nie hin. Wird ja sein können. Hätte, hätte, Fahrrad, hätte. Na gut. Dann gehen wir mal da nach. Aber jetzt muss ich meine Nase jucken, will er mal, ne? So. Das gehen aber. Schnicke, schnicke. Bin ja schnicke. Na, das stimmt nicht, Jan. Hier, so. Ihr braucht, wird ja alles. Kann ich jetzt nicht hier irgendwie öffnen? Wahrscheinlich später. Was heißt wahrscheinlich? Ruf ich jedenfalls später. Aua. Bin zu oder wat? Ist wohl doof. So, ich bin noch nie runter. Genau wegen dem Mais. Den wollte ich mir nur mitnehmen. Ja, doch nicht. Gatze, jetzt. Und jetzt auf einmal neblich. Warum ist denn das hier auf einmal so neblich? Keine Ahnung. Ist mir egal. So. Jetzt hier nach unten. Nachladen. So. Dann gucken wir mal hier weiter. Den ist da. Ja, 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 ja. Achso. Okay. Na, dann kommen wir mal. Ja, doch. Ich liest doch, dass sie da sind. Das war aber noch nie alles. Echt, wo ist in dem Fach? Gut. Oh, Loot. Eine Karte. Des Schatzes. Also hier dürfte ja nichts mehr sein, ne? Also. So. Nennel. Ein Feral. Voll in Grün. Voll platt gemacht. Voll cool. Ein Schocki. Naja. Naja. Achso. Schon wieder. Ja, hier ruhen sie sich mal. Okay. Ich wollte gerade sagen, ruhen sie sich mal ein bisschen aus. Aber. Ich sehe, der ist so tiefenentspannt gewesen. Der kleine Pflücke. Eine Mücke Pflücke. Er wurde Pflücke. Knauze. Gut, ich gehe erstmal hier. Okay. Nicht okay. Hätte ruhig mal ein bisschen mehr sein können. Also hier. Moment, Moment, Moment. Ja, 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 ich weiß doch. So. Munition. Leider nur Pfeile. Da will ich hin. Achso. Stimmt ja. Jetzt zieht das wieder los. Hä? Doppelparcours. Zähfern, bitte. Ich habe es voll drauf, wa? Ich bin selbst über mich erstaunt. Nee, dann kommen sie mal. Hast zu lange gewartet. Du, 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 du. Können wir schon wieder welche rumpeutern. Na gut. Lassen wir es nochmal durch hin. Hallo. Wo ist denn der Chef hier? Ist der immer noch auf dem Locus? Ja, ist er. Der ist beim Kacken eingeschlafen. Ich habe ihn von Pott runtergeholt, quasi. Naja, gut. Okay. Okay. Jetzt hört sich an, als ob es mehr wird. Jetzt sollten die sich sammeln. Die Tür ist zu. Nee, ist sie nicht. Jetzt ist sie zu. Jetzt wirklich, aber nicht nur einer, ne? Also, es hört sich schon so ein bisschen mehr an. Ich frage es, wo die sind. Hä? Über mich? Sind die jetzt schon... Ach, da bist du. Stimmt, die sind ja auch noch hier. Das ist ja der Raum, mit denen... ...Generatoren, die ich mir nicht aufmachen muss und so. Wir sind sonst immer von der anderen Seite gekommen. Das heißt, wir müssen hier nochmal durch. Ist hier nicht hoch, der... Da ist der versteckt, wie ich gewesen. Na, ach, ja. Ach so. Ja, ist der versteckte Weg, Carby. Hm. Muss der da oben sein, nicht wahr? Der ist ja schon weit oben. So, warten sie mal ganz kurz. Ich weiß, wir müssen noch zurück, aber... Ich wollte bloß gucken. Eine Abkürzung oder so. Nee, das ist ja da, genau. Ich bin hier bei hergekommen. Ich kann die Tür ja nicht zumachen. Was war denn das eben? Da ist jemand gestürzt. Ich mag da nicht nochmal. Nee, hier kommst du doch später nur raus und so. Ah, ich geh mal erstmal hier oben, die... ...die restlichen Dudes hier wegmachen. Hier oben. Äh, wie sieht's da aus? Doch nicht besser. Aber ich kann hier erstmal abhauen. Ach so, und ich darf natürlich... Ach so, darf's. Genau. Ich darf natürlich nachher nicht vergessen, die Kiste mit einzusammeln. Haha. Also, das ist ja mal ein Problem. Ach man, die kommen doch schon entgegen. Aber diesmal hab ich ja wenigstens dran gedacht. Ob hier ist die Abkürzung, ne? Machen wir mal, wenn's so weit ist. Immer nach und nach. Das hört sich sehr... sehr nah an. Ich werd's schon mitkriegen. Mhm. Die Schuhe sind schon mal besser, als das, was ich... ...an habe, ne? Würde ich jetzt erstmal behaupten. Ah, kein Schrauber? Nein, Mann, kein Schrauber ist natürlich... ...nicht so, wie ich mir grad gedacht hab. Na ja, gut. Das sind aber wirklich nicht bloß eins wie zämmeln. jetzt sieht mir gerade an dass sie dort sind beziehungsweise in der nähe ach so na gut jetzt weiß ich wo wir sind na gut kann ich nicht jetzt habe ich den die ich gefunden ach so war gut und voll die sackgasse war wenn jetzt eine ganze horde kommt dann habe ich auch spaß nun ist aber gut die sammeln sich schon er kommt gleich wo denn so jetzt muss ich bloß noch jetzt sind wir genau da was ich gesagt habe so wo an der seite war da muss ich wieder hin och man jetzt muss ich den ganzen wieviel zurück oder oder ach so ja gut hätte ich eigentlich wissen müssen ha jetzt haben wir es aber jetzt kann ich abhauen und wir werden die quest nicht verkacken ja naja vielleicht doch nicht so ganz egal ist das na doch nicht da ich jetzt entscheid im moment mal sind wir da take ich hätte jetzt den schalter nehmen können aber nö billig nicht quest abgeben und und kicken was uns entgegengestiefelt kommt lololololo mal warum die türen noch nicht auf achso das ist die andere müsste denn nicht hier irgendein schalter sein oh ne das ist jetzt nicht so gut muss ich bloß noch kicken von wo die kommen der könnte bloß zerstellen das ist noch draußen ne haha hauenserin der meister verlässt das haus ihr original nix können nach wo sind denn hin da muss ich hin ich hoffe das nicht nicht übernehmen los gehen wir nach hin hause die auf die 12 ne ne das war doch eine schöne reaktion wieder soo sie erreicht yes nach der schmach und mit ihnen mal endlich will er ein quest abgeschossen la 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 ich bin wieder da you did it great job traveler ich nehm die bücher bücher so warte mal kurz so dann machen wir die kiste auf dann haben wir die nächsten bücher mhm so warte mal das machen wir mal clean gleich das wird inhaliert das machen wir auch clean joa der rest kann weg so verkaufen ne moment ja im moment mal ja doch ist doch gut mach mal punkt so jetzt habe ich hier noch einen griff für eine kniffte siehste und schon hat es an gert gewonnen na gut da kann er mal so weg er muss so weg weil ich ja nichts anderes habe so die schuhe noch nicht wie gesagt ich glaube das was ich an meine füßen trage Füße trage ist nämlich schlechter genau so ja warte mal kurz ich muss erst kontrollieren sag ich doch ich hab doch grüne noch an so denn dies da rein und den repariere ich die ganze Schuhe und scha wupp ist das besser als das was ich hatte soll ich jetzt automatisch anziehen ne ja siehste und die alten Schuhe kann ich wieder verkaufen joa wunderbar wunderbar kann man gleich die nächste Quest machen kann man gleich die nächste Quest machen ist ja bloß 400 Meter entfernt naja gut fast 500 Meter ist aber nicht so schlimm machen wir mal aber erst morgen haha reingelegt ja Leute wenn es euch gefallen hat wie ihr sagt Däumchen Träumchen nicht vergessen und äh joa wenns da neu seid oder so äh abonniert den Kanal kostet euch nichts und äh macht mich glücklich haha ja was mich noch glücklich machen tut ist wie immer macht euch einen schönen Tag Hy